Liebe Brüder und Schwestern, Ja, es ist schon sprichwörtlich geworden, der barmherzige Samariter, sagen wir, gibt auch diese Organisation, die sich so nennt, nach diesem barmherzigen Samariter aus dem Evangelium. Es ist ja schon erstaunlich, wie dieser sogenannte Samariter, der ja in den Augen der gläubigen Juden ein Abtrünniger ist, ein Nichtrechtgläubiger handelt. Ja, es bestand eigentlich eine Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Die Samariter galten als kultisch unreines Mischvolk. Sie hatten ihren eigenen Tempel, ihren eigenen Gottesdienst, sie hatten eigene Riten, sie kamen nicht nach Jerusalem, um dort im Tempel zu opfern. Ja, sie waren nicht gesetzestreu in den Augen der Juden, in den Augen der Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber dennoch, wenn man die Handlungsweise mit dem Samariter, der ja eigentlich nicht rechtgläubig war, vergleicht, ja mit der Reaktionsweise der Priester, dieses Priesters und des Leviten aus dem Evangelium, dann ist man schon überrascht. Und Jesus, er gebraucht bewusst, ja dieses Gleichnis. Er beschreibt bewusst diese Personen, nimmt sie als Beispiel. Ja, wer ist mein Nächster, fragt der Schriftgelehrte. Ja, die Samariter waren in den Augen der Schriftgelehrten, der gläubigen Juden, nicht die Nächsten. Sie hatten da eine ganz enge Sichtweise, so denke ich. Wer Erbarmen, wer Liebe bekommt, ja wem sie zusteht und wem nicht. Sie machten da sehr scharfe Unterschiede zwischen den eigenen Gläubigen, zwischen dem eigenen Volk und den anderen, den Andersgläubigen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. So hat der Schriftgelehrte richtig geantwortet und einen Nächsten wie dich selbst. Doch ist so ein Überfallener am Wegrand, den man ja gar nicht kennt, der da liegt, auch mein Nächster. Sie haben sich gefürchtet, sich unrein zu machen, Blut zu berühren, der da überfallen worden ist, niedergeschlagen worden ist. Sicher hat er viele Wunden gehabt, geblutet. Und der Priester geht vorüber, auch der Levit, der Tempeldiener. Sie zeigen keine Barmherzigkeit. Und ausgerechnet dieser Samariter, der wird berührt. Er öffnet sein Herz und geht zu diesem Überfallenen hin, der da niedergeschlagen da liegt, vielleicht schon nahe daran ist zu sterben. Er hat Erbarmen und er erfüllt dieses Gebot, ja, der Gottes und Nächstenliebe. Ja, wie handeln wir, wenn wir Notleidende sehen? Jesus fordert auch uns auf zur Barmherzigkeit. So wie er mit allen Sündern, mit uns allen Erbarmen hat, wie der Vater im Himmel uns Barmherzigkeit erweist, in seinem Sohn Jesus, sollen auch wir einander Barmherzigkeit erweisen. Ja, uns erweisen als lebendige Glieder seines Leibes, wie es in der Lesung heißt, Jesus ist das Haupt dieses mystischen, dieses geistlichen Leibes der Kirche, aller Getauften. Wir sind durch die Taufe ihm sozusagen einverleibt. Wir gehören zu ihm, sind mit ihm verbunden. Er möchte durch uns wirken. Der Geist der Liebe und Barmherzigkeit möchte auch an unseren Werken seine Menschenfreundlichkeit, seine Macht und Herrlichkeit offenbaren. Ja, schauen wir hin auf den barmherzigen Samariter. Er öffnet sein Herz. Und was, wie viel Zeit wendet er auf für diesen Notleidenden, für diesen Überfallenen, der da blutend und verwundet darlegt. Sogar sein eigenes Reittier stellt er zur Verfügung. Er bringt ihn in die Herberge, pflegt, sorgt für ihn, verbindet seine Wunden und gibt dem Wirt noch Geld, damit er für ihn sorgt, für ihn pflegt. Ja, in diesem Samariter wird ja irgendwie Gott selbst sichtbar, spürbar. So handelt Gott an uns. Wir sind sozusagen diese Überfallenen. Wir sind von den Sünden, von der Sünde verwundet. Wir liegen da am Wegrand. Wir sind die, die Hilfe brauchen. Und Jesus selber schenkt uns ein Erbarmen. Er hebt uns auf. Er reinigt unsere Wunden. In seinem eigenen Blut wäscht er uns rein von aller Schuld durch seine Opfer am Kreuz, wo die Sünde verwundet hat, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Da nimmt er alles hinweg. Er verbindet unsere seelischen inneren Wunden und schenkt uns Heilung. So sollen wir den Herrn nachahmen. Auf sein Beispiel schauen, so wie die Gottesmutter Maria. Heute ist er auch der 13. Da denken wir an Fatima, an die Erscheinungen der Gottesmutter in Portugal 1917 vor den drei Hirtenkindern. Sie fordert auf zum Gebet zur Buße. Ja, dass wir diesen Geist der Liebe und Barmherzigkeit aufnehmen. Dass wir den Rosenkranz beten und durch die Fürsprache der Gottesmutter Maria diesen Geist Gottes erbitten, ja Gott und Jesus um sein Erbarmen anpflehen, für uns selber, für unsere Mitmenschen, für die Welt. Damit die Lieblosigkeit zurückgedrängt wird. Damit Friede wird in unserem eigenen Herzen und Frieden in der Welt. Und am 13. Juli denken wir auch an die sogenannte Rosa Mystica, an die geheimnisvolle Rose, wie sich die Gottesmutter Maria auch nennt. Sie ist die geheimnisvolle Rose, ja sie ist diese Rose, diese mystische Rose, die aufblüht durch die Gnade Gottes, durch den Tau des Himmels. sie verströmt ihren himmlischen Duft, weil sie ganz offen ist für das Wort Gottes, für den Heiligen Geist, für das, was Gott durch sie und in ihr wirken möchte. Ja öffnen wir unser Herz auch für diesen Geist Gottes, für sein Wort, für sein Gebot. Es ist ja nicht fern von uns, so heißt es in der Schrift, es ist ganz nah bei uns. Es ist nicht irgendwo im Himmel oben, dass wir es erst suchen und holen müssten, nicht fern, nicht am anderen Ufer des Meeres. Dieses Wort, es wohnt in uns, durch die Taufe hat dieses Wort Gottes in uns Wohnung genommen, Jesus Christus, der Herr, der Retter und der Löser, der uns durch sein Erbarmen neues Leben schenkt. Lassen wir uns von ihm heilen, lassen wir uns von seinem Geist erfüllen, so können auch wir Zeugen sein, Zeugen für die Barmherzigkeit des Vaters. Amen.